Servus, hallo! Ich bin die WI, die Community-Managerin von Yelp in München. Meine Aufgabe ist es, Menschen mit coolen Plätzen zu vernetzen. Und ein cooler Platz, wie ich finde, ist das München 72. Hier genieße ich am liebsten einen Säuerlatte mit einem nostalgischen Pratzenwerber. Yelp ist ein Online-Stadtführer. Hier kann jeder angesagte oder neue Locations ausfindig machen. Vom Geheimtipp bis zur Institution. Bei Yelp sagt ihr euch selbst, wo man am besten isst, einkauft, ausgeht, sich erholt oder austoben kann. Meine neue Deckung ist der Joghurt-Gipfel. Ein idealer Ort zum Kaffee-Klatschen der Sonne mit einer guten Freundin. Mein Lieblingstopping ist hier das hausgemachte Krababa-Kompott mit Kokosstreusel. Auf meiner Tour über den Vicky bis hin zum Marienplatz und natürlich an der Oper vorbei. Bis hin zu den Löwen an der Residenz. Hier heißt es einmal rubbeln, einmal wunsch gratis. Im Hofgarten schiebe ich mal eben eine ruhige Kugel. Mehr oder weniger erfolgreich. In München gibt es auch in der Stadt eine Welle, immer an der gleichen Stelle. Hier kann man zur Abwechslung auch mal im Wasser surfen. Bei all den heißen Surfern hole ich mir meine Erfrischung im Fräulein-Grün-Eis. Hier gibt es übrigens auch die besten Brownies der Stadt. Mh, nom, 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 lecker! Mein digitales und mein analoges Yelp habe ich eigentlich immer bei mir. Und am liebsten nutze ich meine kreative Pause im Ehegarten. Ich hoffe, euch hat meine kleine Tour durch München gefallen und ihr surft mal auf Yelp vorbei. Macht's gut! Servus! Eure Vi! 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 Eure Vi!